Ein sehr bekannter Beuklotterer entschätzt sich ein Dach, dass er in vielen Beinen abklottert. Ein Bein wird nicht viele Menschen kennen abklottert. Ein Bein wird sehr schwer essen abklottert. Viele Steine, viele schwere Wege und sehr gefährlich. Er merkt sich in Eten, Wutter und Sachen, und er passt ab, dass er nicht so schwer wird, dass er nicht so viel Gewicht an die Bein abklottert. Er merkt sich, dass er nicht so schwer wird, und er fängt an zu klottern. Er wird ein ganzer Dach, er schweckt sich, er wird müde, und er ist wieder. Passt ab, dass er nicht hochfällt, und so geht es staub für staub nachher. Wenn es ein ganzer Dach gegangen ist, dann sieht er in den kleinen Ängsten vorhanden, eine Nachte Meal, die auf den Bein abklottert. Mit diesem Nachte Meal hat er ein Bruder im Reis. Der Bruder wird nicht gehen können, und er dreigt ihn auf den Bein abklottert. Wenn es das Mann bei der Nachte Meal kommt, dann sagt er, »Urme Meal, du hast über eine so schwere Lust zu drehen.« Diese Meal sagt, »Ne, das ist nicht reich. Er kann keine Lust zu drehen.« »Das ist mein Bruder. Du hast eine Lust zu drehen.« Wofür sollen wir Menschen, die drumherum sind, aus einer Lust? Wir brauchen vielleicht Hilfe, wir brauchen vielleicht eine Unterstattung, wir brauchen vielleicht vielleicht uns, vielleicht an uns Geld, vielleicht an unsere Mordwirt, vielleicht an verschiedene Dinge in unserem Leben. So sollen wir mithalten? Und wir sollen dort aus einer Lust haben. Wir sollen dort aus einer Schwierigkeit in unserem Leben. Wir sollen lernen, dass Johannes Kapitel 3 verspielen dortig sagt, unsere Geschwister zur Leibung. Dort sagt er, wenn wir einen anderen Leib haben, einer für den anderen, dann werden die Menschen sagen können, dass wir Jesus ihnen genannt sind, dass wir Jesus ihnen nur feuer sind. Wir sind dort im Leben. Die Menschen wollen uns dran mithalten. Setzt die da so Ekte aus einer Lust zu leben? Wie würden Menschen, die würden mal weg sein? Aber es solltet die Menschen, die uns an uns, an unsere Schwestern, an unsere Brüder und an unsere Sesteren. Auch wenn sie nachher nicht alle alle cuesten könnten. Wir müssen nur in den in den, eure Lütter brüchten wir uns dort an. Wir brüchten euch dort wie einen Brüchten und wir. Wer war unsere Geschwister, doch auch wenn es vielmals schluss ist, zu lernen, dass nicht alles los ist, an unsere Schwestern. Wir müssen uns halten. Des amoes, dass wir uns helfen können. Und wir können Fehler tun. Die Leuven waren wirklich der unrematen Metthalp, da würde nichts anderes mehr los, Gottes Segen.